Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pound Attack. Heute habe ich ein 10 Minuten Workout für euch, bei dem ihr vor allem eure Beine und euren Hintern trainiert. Bitte denkt daran, 10 Minuten sind richtig kurz, es ist also wichtig, dass ihr alles gebt. Viel Spaß! Das Workout heute besteht aus vier verschiedenen Übungen. Für genaue Anleitungen und Variationen für Einsteiger schaut euch bitte mein Anleitungsvideo an. Mein Intervalltimer stelle ich auf 50 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Übungen, insgesamt 10 Runden. Erste Übung, einbeinige Kniebeuge. Startet mit den Fußspitzen parallel, verlagert das Gewicht auf ein Bein. 50 Sekunden. Beugt das Standbein, passt mit den Fingerspitzen auf den Boden. Nach einer halben Minute, versucht das Gleichgewicht zu halten. Nach 20 Sekunden, kommt weit nach unten. Die letzten 10. Kurz ausschütteln und wir wechseln die Seite. Achtet wieder darauf, dass das Knie hinter der Fußspitze bleibt. 50 Sekunden. Schiebt den Po nach hinten und euer Gewicht auf die Ferse. Nach einer halben Minute durchhalten. Noch 20 Sekunden. Schiebt den Po zurück. Noch 15. Die letzten 10 Sekunden. Kurz ausschütteln. Weiter geht es mit den Plie Squats. Nimm die Füße weit auseinander, die Fußspitzen zeigen nach außen. Kommt tief und drückt euch wieder hoch. Vergesst nicht, die Knie feste nach außen zu drücken. Auf keinen Fall X-Beine machen. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Noch 30 Sekunden. Halte durch. Noch 20. Die letzten 10. Tief nach unten kommen. Noch 5. Sehr gut. Wieder kurz ausschütteln. Weiter geht es mit den Ausfallschritten. Achtet darauf, dass das Vorderknie hinter der Fußspitze bleibt. Dreimal wippen. Und springen. Federt weich ab. Noch eine halbe Minute. Achtet darauf, nicht nach vorne zu kippen. Streck die Brust raus. Lass die Schultern tief. Eins, zwei, zwei, drei und springen. Noch 10 Sekunden. Letzten fünf. Sehr gut. Kurz ausschütteln. Wir sind schon bei der letzten Übung der ersten Runde. Snowball. Schieb den Po zurück. Federt weich ab. Und vergesst nicht zu atmen. Noch 25 Sekunden. Durchhalten. Leichter mal gerne findet ihr im Anleitungsvideo. Noch 10 Sekunden. Gleich geschafft. Kniebeugeben. Sehr gut. Kurz ausschütteln. Weiter geht es wieder mit der ersten Übung. Andere Übung noch einmal durch. Kniebeuge. Versucht das Gleichgewicht zu halten. Am besten schaut ihr auf einen Punkt am Boden. Noch eine halbe Minute. Kommt tief nach unten, drückt euch hoch. Noch 25 Sekunden auf dieser Seite. Die letzten 10. Kurze ausschütteln und wir wechseln nochmal die Seite. Denkt daran den Rücken ganz gerade zu halten. 50 Sekunden auf dem anderen Baden. Noch eine halbe Minute. Kommt tief nach unten. Je weiter ihr nach unten kommt, je mehr ihr das Standbein beugt, desto mehr trainiert ihr die Po-Muskel. Die letzten 10 Sekunden gleich geschafft. Kommt wieder in den breiten Stand, die Fußspitzen zeigen nach außen und weiter geht's mit den Plie-Squats. Kommt tief nach unten, drückt die Knie nach außen. Nach 30 Sekunden tief nach unten kommt, gleichmäßig nach oben drücken. Immer wenn ihr in die Hocke geht, die Knie nach außen schieben. Noch 15 Sekunden hierfür. Die letzten 5. Sehr gut. Kurze ausschütteln. Und wir sind schon wieder bei den Ausfallschritten. 3 Mal Lippen beim 4. Mal rumspringen. 1, 2, 3 und springen. 1, 2, 3 und springen. Weich abfedern dabei. Bleibt schön aufrecht, nicht nach vorne kippen. Eine halbe Minute. Nach 20. Gleich geschafft. Nicht aufgeben. Nach 15. Letzten Sekunden. Ausschütteln. Und wir sind schon bei der allerletzten Übung angekommen. Nochmal 50 Sekunden Gas geben mit dem Snowballer. Abfedern nicht vergessen. Noch 35. Wieder in den Knien. Weich abschiebt euren Po nach hinten. Achtet darauf, dass das Knie hinter der Fußspitze bleibt. 20 noch. Die Oberschenkel sollten mittlerweile brennen. Letzten 12 Sekunden. Haltet durch. Fünf. Geschafft. Das war mein 10 Minuten Intensiv-Workout für Beine und Hintern. Falls euch meine Workouts gefallen, dann schaut doch mal auf meiner Seite vorbei. www.paunetect.de Dort könnt ihr euch von mir persönlich Workouts für eure individuellen Problemzonen zusammenstellen lassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020